Herzlich willkommen zum Wetter. Gestern bis heute hinein gab es vor allen Dingen in Bayern Richtung Allgäu noch mal kräftige Regenfälle. Hier fielen stellenweise in der Region rund um Günzburg 50 bis 80 Liter Regen pro Quadratmeter. Das hatte natürlich zur Folge, dass die kleinen Bäche und vor allen Dingen auch Flüsse wieder angestiegen sind und stellenweise gab es dort schon wieder Hochwasser. Auch heute wird der Regen noch etwas weiter gehen, vor allen Dingen hier südlicher Donau kann es immer wieder noch einzelne Schauer, teilweise auch Gewitter geben, aber auch Richtung Franken sind einzelne Schauer möglich. Sonst insgesamt ein recht freundlicher Tag, mal scheint die Sonne, mal ziehen einzelne dichte Wolkenfelder vorüber, es bleibt aber weitgehend trocken. Und die Höchstwerte erreichen 18 Grad an der Nordsee und bis zu 24 Grad am Mittelrhein bzw. in Brandenburg. Die kommende Nacht wird verbreitet, Sternen klar ausfallen, vielfach funkeln die Sterne am Himmel und die Temperaturen, die gehen zurück auf Werte zwischen 9 Grad an der Ostsee und bis zu 12 Grad in der Mitte von Deutschland. Morgen dann am Mittwoch insgesamt ein recht warmer und sehr sonniger Tag, aber am Nachmittag ziehen dann aus Norden neue Wolken heran, die können vereinzelt Schauer oder auch Gewitter bringen. Die Höchstwerte erreichen bis zu 26 Grad. Der Donnerstag könnte dann der erste Hitzetag des Jahres 2013 werden und das bedeutet, die Temperaturen erreichen irgendwo in Deutschland bis zu 30 Grad. Das wird wahrscheinlich hier am Oberrhein bzw. in der Lausitz der Fall sein, hier können die knapp 30 Grad erreicht werden. Später am Nachmittag und Abend gibt es aber aus Norden her neue Wolken und teilweise auch wieder kräftige Schauer und Gewitter. Der Freitag bringt vorübergehend eine kleine Abkühlung. Die Höchstwerte erreichen 18 bis 23 Grad, vor allen Dingen in der Mitte viele Wolken und ab und zu vielleicht etwas Regen, doch im Westen kommt später schon wieder die Sonne zum Vorschein. Ja und der Blick auf das Wochenende, es wird dann wieder wärmer. Vielfach werden 30 Grad erreicht, vor allen Dingen im Südwesten, aber auch im Teilen Ostdeutschlands und das bedeutet, gerade in den Hochwasserregionen kann das Ganze etwas unangenehm werden, denn hier steht vielfach das Wasser noch auf den Feldern, teilweise noch in den Straßen und in den Häusern und das warme Wetter, das ist natürlich dann idealer Nährboden, damit sich dort Bakterien bilden. Man sollte also aufpassen und vor allen Dingen auf die örtlichen Behörden gut hören, ob nicht irgendwo das Trinkwasser vielleicht leicht verschmutzt ist und es dementsprechend eben auch abkochen. Der Trend für die nächste Woche ist, es wird noch wärmer am Montag und Dienstag, das sagen die Wettermodelle, teilweise 34, 35 Grad für den Osten voraus, aber zum Mittwoch dann wieder eine leichte Abkühlung. Mit diesen Aussichten, da wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss, bis morgen.